Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute machen wir mal was, was uns bis jetzt noch nicht so gemacht haben. Wir werden heute einfach mal ein bisschen Zone Wars spielen und uns ein bisschen battlen. Und ja, viel Spaß beim Zuschauen würde ich sagen. Jo, ich bin der Ice Purprise und ich bin für dieses Video auch dabei. Genau, der Ice Purprise ist für immer auch dabei. Und ich werde jetzt gegen unseren Kampf umgebettelt. Ich würde sagen, viel Spaß beim Zuschauen. Ich habe nicht alle Sachen genommen, habe ich gerade gesehen. Okay, die erste Runde schenke ich dir. Aber ich würde sagen, ab jetzt. Wir versuchen. Also, wir spielen insgesamt zwei Runden, die wir als fünf Runden beinhalten. Wenn wir ein Spiel gewinnen, kriegen wir einen Punkt. Und ja, der wird den meisten Punkte gewinnen. Weil ich es nicht verstanden habe, die werden es schon sehen. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, lasst gerne ein Abo oder ein Like da. Und oder ein Like da, würde ich sagen. Wenn ihr mal Zone Wars mit uns zusammen als Community-Game spielen wollt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Und dann schreibt es gerne in die Kommentare. Und dann schreibt es gerne in die Kommentare. Und dann schreibt es gerne in die Kommentare. Egal, da werden wir einfach draufsprayen und so lange nicht mehr ein bisschen nachgeben. Wir haben keine Ahnung, wer es so gestanden macht, egal, wir werden nicht heilen. Guck mal, wie er da auf uns aiben. Schade, die Gelegenheit hätten wir nutzen müssen. Wir können gerne in den Kommentaren mitraten, wer das hier gewinnen wird. Ey, ich treffe gerade nichts. Kommen Sie eher. Ich glaube, er hakt uns runter. Oh nein. Junge, als ob du einfach eine Falle pläst. Seht ihr, wie ehrenlos er spielt? Ihr seht. Es war Taktik. Es war Asunziat. Du wusstest, dass da eine Falle war? Nein, wusste ich nicht. Auch bei Schacht. Okay. Schreibt alle in die Kommentare, Ice Blood Price ist ein Noob. Bitte zehnmal hintereinander. Ja. Okay, wir sagen nichts dazu. Wir tun einfach so, als wäre nichts gewesen. Dazu müssen wir nichts sagen. Also ich persönlich würde sagen, dass ich kein Noob bin. Alle Noob in die Kommentare. Okay, jetzt zeigen wir den Kerl mal, wo es lang geht. Für wen hält der sich eigentlich? Er hat einen fetten Laser. Okay, das sind irgendwie die traurigsten Battles, die ich in meinem Leben gesehen habe. Jeder sprayt nur drauf und ist jedem egal, ob er Schaden bekommt oder nicht. Okay, hat ein bisschen passiert. Junge, ich war ganz außen. Die kannst du nicht dann treffen. Ich weiß es nicht. Das kann ich nicht hochladen. Das ist zu peinlich. Tut mir leid, das kann ich nicht hochladen. Ihr werdet dieses Video nie sehen. Ich weiß nicht, ob ich das hochladen kann. Von mir aus gern. Alle Noob in die Kommentare. Ach. Hä? Ah, wie er gecampt hat am Anfang, dass ich zu ihm runterkomme. Keine schlechte Taten. Er hat kassiert. Okay, ich glaube sicher, dass wir kurz wieder den Highbrown. Nein, ich wollte dich gerade treffen. Egal, wir haben mit Ehre noch die erste Runde verloren. Aber mit Ehre. Deswegen, jetzt die zweite Runde gewinnen wir. Okay, wir starten. Ich werde dafür sorgen, dass er nicht die zweite Runde gewinnt. Ich würde sagen schon. Aber ich will die zweite Runde gewinnen. Okay, wir haben uns schon mal den Highbrown gesichert. Wir müssen einzeln, was ich herausgebe. Ich gehe gerade bei der Highbrown. Wir müssen auch aufhör. Wir müssen uns nicht mehr Conflucht werden. Wir müssen sie den Runde gewinnen. Wir müssen uns entspannen. Egal wir kämen hier einfach weiter. Danke fürs Runterschießen übrigens. Bitte, ich würde gerne. Ok, wo ist sie? Ich muss nicht konzentrieren. Nein! Er kriegt dauerhaft Schaden. Da haben wir ihn gerade gesehen. Keine Mails mehr! Ok, das war einfach. Das war sogar sehr einfach. Ich hatte keine Mails mehr. Feier euch! Nerven! Ok, er scheint dir näher zu sein. Ich werde keine Zeit mit dem Sech auf dem Profil den Fight gefasst machen. Er hat ein bisschen passiert. Ich aber auch. Ach du hast ebenfalls ein bisschen passiert. Lasst mich nicht Halo? Ich würde mich nicht nur kurz nachdenken. Ich werde mich noch nicht um kontrollieren. Ich werde mich noch mit dem Spiel. Ich habe ihn nicht gefunden, das war ein bisschen schade, aber es ging mit der volle Kante drauf. Ich habe ihn nicht gefunden, das war ein bisschen schade, aber ich habe ihn nicht gefunden. 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 Oh mein Gott, wenn ihr dafür keinen Like da lasst, dann weiß ich auch nicht. Ich habe ihn nicht gefunden. Schuss! Ich habe ihn gefunden. Der Kämpfvogel. Uuuuh. Genau. Kein Großhilf. Kein Großhilf. Ok, die Runde war einfach. Erstmal wie das nächste. Der nächste Sieg geht nach mir. Habt ihr es gehört? Ich glaube nicht, dass er die nächste Runde gewinnen wird. Glaube ich nicht. Ich bin jetzt hier auf. O�, das ist es. Wer hat mir geschaut? Der Schreiber ist nicht mal. Aber vielleicht war es nicht mal. Wir haben einfach in der Luft kurz 100 Schaden gemacht. Nein, das kann nicht sein. Nein. Ich glaube, die Runde haben wir fast so gut wie sicher gewonnen. 4-0. Wir haben die Runde gewonnen. Das heißt, am Ende gibt es noch ein richtig krasses Battle. Weil jetzt Schils dann gleich 1 gegen 1, wenn jeder eine große Runde gewonnen hat. Das ist ein richtig krasses Battle. Okay, da vorne ist er schon. Er hat keine Ahnung, wo ich bin. Okay, jetzt weiß er wohl nicht. Jetzt weiß er, wo ich bin. Erstmal rein. Okay, wir spamen gleich nochmal rein. Okay, er wird sich halt. Das ist nicht zu. Nein. Nein. 5-0. Nein. 5-0, Freunde. Nein. Jetzt gibt es noch einen richtig krassen Fight. Oh, die Schrotflinte. Jetzt gibt es hier nur eine einzige Runde. Ich würde sagen, jetzt haben wir viel Spaß beim finalen Kampf. Ohne Schrotflinte, okay? Ohne Luten. Auch ohne Heilzeug. Ohne Heilzeug. Wir nehmen alles weg. Nur Schrotflinte. Ohne Schrotflinte. Ohne Schrotflinte. No. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.